Man hat ja keine Chance. Mal ganz langsam. Wie gesagt, den Hals anspannen. Ich gehe jetzt hier aus der Hüfte. Eins. Und ich gehe wieder so zurück. Ich gehe ganz normal. Ihr seht, dass das immer ganz normale Techniken sind. Aber wie gesagt, wenn ich die Grundtechnik nicht kann, dann sehe ich das nicht. Und das macht ja erstmal Spaß, wenn ich merke, die Grundtechnik kommt schnell. Der steht, der hält. Ich gehe auf.